Die Geschichte hat es so gewollt, dass sich in diesem Jahr, im Jahr 2002, eine Reihe von Neuner-Jubiläen erhielt. Denn 1919 trat die erste demokratische Verfassung, die nach ihrem Entstehungsort genannte Weimar-Verfassung kraft. Gerade 30 Jahre später, im Jahr 1949, beschloss der Parlamentarische Rat auf den Trümmern, den moralischen, aber auch stein gewordenen Trümmern unseres Landes und Europas, das Monogon-Gesetz. Weitere 40 Jahre später fiel am 9. November 1989 die Mauer in Berlin. Drei Wegmarken in unserer Geschichte, die immer wieder das Licht der Freiheit und Demokratie in einer Dunkelheit reichen, 20. Jahrhundert, wie in unserem Land aufscheinend ist. Diese Ereignisse, diese drei, vielleicht auch willkürlich herausgegriffen, manchmal sage ich, vielleicht auch willkürlich positiv herausgegriffen, denn es gibt auch ganz andere Entwicklungszahlen, die man als Beispiel für unser Land nehmen kann, sind nicht solitär vom Himmel gefallen, sondern sind aus einer längeren geschichtlichen, sozialen oder politischen Entwicklung heraus Entwicklungshöhepunkte, aber in Teilen auch leider Tiefpunkte unserer Geschichte. So sind die Verfassungen von 1919 und 1949 um die beiden verheerenden Weltkriege nicht denkbar. Und auch die Teilung unseres Landes als eine Folge des verbrecherischen Krieges, den unser Land über Europa und über die Welt gebracht haben, war Voraussetzung dafür, dass die Mauer am Ende fallen konnte. Wie auch das Scheitern des sozialistischen Experiments im Ost- und Mitteleuropa, der Erfolg der polnischen Gewerkschaftsbewegung in Polen, die ungarische Grenzöffnung, dem Fall der Mauer in Berlin vorausgingen und damit diese Mauer auch durchlässiger machten, sie am Ende gemeinsam mit den Menschen in der DDR die Mauern zertragen. Sie bilden also gleichzeitig Endpunkte, aber sie waren auch Anfänger für eine neue Entwicklung. Und Herausforderungen, wenn man sich die anderen anschaut, die besitzen schon eine Dynamik, eine Dramatik, die wir uns heute manchmal kaum mehr vorstellen können. Aber ich glaube, wenn man sich dagegen wärtigt, welche Herausforderungen wir damals bestanden haben und zum Tag heute noch bestehen, können wir auch gelassen haben die Herausforderungen der Gegenwart herangehen. Und ich habe den Eindruck, dass häufig versucht wird, auch mit leistiger Windstille Probleme heranzugehen und dort mit einer Hektik heranzugehen, die uns, wenn man in die Geschichte schaut, eigentlich leer so mit großer Gelassenheit herangehen können. Das gilt für uns in der Politik, oder wie Hermann Schmitt sagt, in der politischen Klasse genauso, für die Herren und für die wenigen und zu wenigen Damen der Ökonomie. Voraussetzung für eine angemessene Beianordnung und Bewertung ist jedoch die Kenntnis der eigenen Geschichte. Ihre Ursachen folgen die Bereitschaft, aus ihrer Geschichte, aus unserer Geschichte zu lernen, Konsequenzen zu ziehen, zu wollen. Verbunden mit der Kraft, auch Geschichte nicht im eigenen Sinn zu interpretieren und zu instrumentalisieren. Die Versuchung ist in diesen Tagen besonders groß und sie wird, glaube ich, größer, da sie Erfolg verspricht. Viele, mir scheint zu viele in unserem Land, aber das darf ich heute auch so an, unserer Partei scheinen mir mittlerweile geschichtsvergessen geworden zu sein. Und obwohl man gemeinten sagt, dass Geschichte sich nicht wiederholt, besteht doch die Gefahr aus Unkenntnis, sich doch wieder auf eigentlich reichlich ausgetretene Holzfahde zu bewegen. Wer beispielsweise mit der Geschichte der deutschen Sozialdemokratie bewandert ist, wer es dort auskommt, wer sich mit ihr beschäftigt, der weiß um den Revisionismusstreit, der weiß um die beiden Seelen der Groß der Sozialdemokratie, und der weiß auch um die Hintergründe, die zur Gründung der USPD und der Umbenennung der SPD in MSPD geführt haben. Im Kenntnis all dieser Fakten verlieren die heutigen Streitigkeiten und den Umgang der Akzeptanz neuer Parteien im linken Spektrum unserer Parteienlandschaft erheblich an Schärfen. Im Gegenteil, historisches Bewusstsein birgt die große Chance, die Auseinandersetzung mit der benötigen Gelassenheit, selbstbewusst als Sozialdemokraten, mit solchen historisch gesehen eigentlich normalen Entwicklungen umzugehen. Und auch das Scheitern der Weimarer Koalition unter Otto Müller von 1930, das konstruktive Misstrangensvotum 82 gegen Helmut Schmidt, wo er versucht, der Flucht nach vorn 2005 von Gerd Schröder mit der Entscheidung, Neubahn anzusetzen, hatte, wenn man die Geschichte hinter der Geschichte kennt, tiefere Gründe als die von den Beteiligten in der konkreten Situation durchaus kundentan. Es gibt eben immer aber die Geschichte hinter der Geschichte. Um zu verstehen, ist historisches Bewusstsein, ist die Kraft zur Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte also unbedingte Voraussetzung. Nur wer unsere eigene Geschichte weiß, wer erkennt, woher kommt, kann wirklich bewusst entscheiden, wohin er gehen will. Meine Fraktion, die Sozialdemokratische Fraktion der hamburgischen Bürgerschaft, nimmt also dieses 9er-Jubiläum zum Anlass, sich selbst zu vergewissern und sie alle hier in den großen Festsaal des Hamburger Rathauses einzuführen. Und ich freue mich wirklich aufrichtig, dass so viele von Ihnen, von Euch, dieser Einladung gefolgt sind. Und um der Ehre, die Wahrheit der Ehre zu tun, wer auf Einladungskarte geblickt hat, weiß es, eigentlich hatten wir gar nicht mit diesem enormen Zuspruch gerechnet. Wir haben bescheiden, wie wir sind, bescheiden, wie wir vielleicht geworden sind, in den Kaisersaal-Lehrern hatten gedacht, naja, da kommen so 60, 70, 80 Menschen, die dieses Thema interessieren. Wir haben überwältigt von der enormen Zusage, von dem enormen Zuspruch, den diese Veranstaltung betroffen hat. Und ich glaube, es war eine richtige Entscheidung, die Veranstaltung zu machen und vor allen Dingen auch so breit einzuladen, denn Sie zeigen ja, dass es ein ganz, ganz großes Interesse an diesem Thema gibt. Und dafür möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Und ich glaube, dieser Raum, der große Festsaal des Hamburger Rathauses, ist dann auch für diese Kunde mehr als angemessen. Ganz besonders freue ich mich, unseren Festredner begrüßen zu können. Lieber Henning Forscher, ich habe ganz, ganz lieben und herzlichen Dank dafür, dass du sofort bereit gewesen bist, diese Aufgabe heute als Festredner für uns zu übernehmen. Und ich bin sicher, dass nicht zuletzt auch du und deine Rede Grund dafür gewesen bist, dass so viele Menschen häufig im Weg im Festsaal gefunden haben. Ich möchte dir ganz, ganz herzlich dafür danken, dass du bereit bist, heute zu uns zu sprechen. Ich bin am Ende meiner Begrüßung und ich freue mich, dass wir dir, lieber Henning, jetzt endlich mal wieder soziale dramatische Bürgermeister an dieser Stelle zu sprechen. Vielen Dank.